Das 1Live Talk Radio 0130 29 11 im WDR Fernsehen und bei 1Live 0130 29 11 So ihr Lieben, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu einer ekelhaften Sendung. Willkommen beim Talk Radio, willkommen bei Domian. Das Thema heute Nacht hier bei mir heißt nämlich Ekel. Und ich möchte euch gerne fragen, was war bisher das Ekelhafteste, das ihr erlebt habt? Was generell findet ihr ekelhaft? Und gibt es etwas, das ihr so richtig gut findet, wo sich anderen Leuten aber der Magen rumdreht? Also profanes Beispiel, die berühmte Leberwurst mit Honig oder mit Marmelade. Oder eine spezielle Lust am Fußschweiß oder was weiß ich. Also wenn ihr Lust habt, euch mit mir über Ekel und ekelhafte Sachen zu unterhalten, dann ruft mich an 0130 29 11 0130 29 11. Marion, 27. Ja. Was ekelhaftes ist dir widerfahren? Ähm, ja erstmal bin ich jetzt ein bisschen nervös. Das vergeht gleich. Ja, ich hoffe. Ähm, ja eklig ist zum Beispiel schon das Herzklopfen, weil man hat bei Nervosität. Das kann ich verstehen, ja. Die erste oder die ekligste Geschichte, die ich zum Beispiel erlebt habe. Also ich bin Zahnarzthelferin. Jetzt war schon lange aus meinem Beruf raus. Ähm. Schon lange raus? Mit 27? Ja, jetzt sechs Jahre. Ja. Ja, man wird ja irgendwann mal Mutter, ne? Ja, ist ein anderes Thema. Richtig. So, und zwar ging es darum, ich war ziemlich noch jung in diesem Beruf, also war noch in der Lehre halt. Viel zu tun beim Zahnarzt auch klar. Ja, und es ist auch nichts gegen Ausländer oder sonst irgendwas, aber es waren halt nun mal zwei türkische Mitbürger, die ja auch immer gemeinsam halt kommen. Der Mann mit der Frau und die Frau hatte eben halt Zahnschmerzen gehabt, weil das erstmal so ein bisschen unerklärlich war, ja, wohin und woher. Und man hat dann auch geröntgt und sie hatte auch eine Prothese gehabt mit einer Metallgeschichte drin. Na, auf jeden Fall hat sie dann doch viel Palabra gemacht und das wollte sie nicht und das wollte sie nicht und war auch ziemlich Tumult. Wir standen mittlerweile mit drei Helferinnen drumherum, der Chef wurde auch immer ungeduldiger. Und dann haben wir erstmal gesagt, jetzt Röntgen war. In der ganzen Hektik mussten wir ihr dann hinten, musste sie ihren Zeigefinger in den Röntgenfilm festhalten. In der ganzen Hektik haben wir aber vergessen, dass die Prothese noch im Mund ist. Ja. Ja, es war wohl ein bisschen zu tief hinten, es funktionierte alles nicht so. Der berühmte Würgereiz, der kam dann auch schon bald. Ja, den konnte sie dann noch nicht lange an sich halten und ja, wirklich kotzt er sich da auf die Schürze, das geht nicht mehr. Die Plastikschürze, da haben wir erstmal schon mal die Farbe gewechselt, weil ich weiß nicht, kann sie sich ja vorstellen. Passiert nicht so ganz oft, ne? Ne, man macht immer drei Kreuze, wenn die Patienten dann noch drumherum kommen. Man hat schon das Gefühl, es könnte jetzt passieren. Naja, da ist es jedenfalls auch passiert. Also das war schon mal der erste Ekel, dann haben wir eigentlich gedacht, naja. Ach, es gab da noch eine Steigerung? Ja, die gab es den dann noch, also die Behandlung wurde dann auch abgeschlossen und alles klar, wir dachten so, jetzt ist hier wieder Ruhe. Mein Chef wurde auch schon wieder lustiger, weil er grundsätzlich eigentlich auch war. Die waren auch schon halb zur Türe raus. Da kommt der Mann ganz aufgeregt wieder rein und hat uns versucht, eins zu erklären. Und wir haben die Farbe noch nicht richtig gewechselt und dann hat er sich wohl gedacht, so, jetzt ist mir egal. Dann ging er an den Mülleimer, weil wir den ganzen Latz einfach nur noch zusammengepackt haben, das Gröbste drumherum weggepackt haben und in den Mülleimer geschmissen. Habe ich nicht weiter gedacht. Ich erahne. Ja, für uns war der Fall dann eigentlich schon fast erledigt. Naja, auf jeden Fall kurzerhand kommt der Mann wieder rein, geht an den Mülleimer, zieht den Latz da raus und rührt da dreimal mit den Fingern, den wir erbrochen in seiner Frau rum, nimmt die Prothese in der Hand und guckt ihn ganz freudestrahlend an, ja. Da ist sie. Ja, da. Was heißt das auf Türkisch? Ja, das weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe auch nicht mehr viel mitgekriegt, denn danach ist es dann noch nicht selbst auch geschehen. Wie, dann hast du dich übergeben müssen? Ja. Wirklich? Aber ich habe es noch geschärft, ich habe nur die richtige Richtung gekriegt und habe dann noch das richtige Örtchen gefunden, aber... Somit warst du bedient für den Tag. Doch, ja. Und das Abendbrot hat trotzdem geschmeckt? Das kann ich mich nicht mehr daran erinnern, also das weiß ich noch nicht sogar, weiß ich nicht mehr. Aber, ich meine, ich habe gerade schon gesagt zu der Dame vorher, man gewöhnt sich ja irgendwo dran, ne. Ich meine, es gibt viele eklige Sachen da, klar, ne. Aber nach drei, vier Jahren... War das eine heftige Geschichte und die dir jetzt immer noch in Erinnerung ist? Ja, heute zum drüber lachen, heute finde ich es eigentlich amüsant, also gerade auch, weil wir alle so ziemlich da dumm rumgestanden haben. Marion, ich danke dir für deinen Anruf und für die Geschichte. Ja, darf ich, auf dem will ich nur eins sagen. Bitte. Zu meinem Partner, ich liebe dich. Hey, hey. Faust dich. Ciao. Ciao, tschüss. Ein schneller, kurzer Liebesgruß. Thomas, 28. Ja, ich bin der Thomas aus Dortmund. Ja. Ich bin der Jürgen aus Köln. Ja, das kann jedem passieren. Jetzt legen wir los. Also das, was mich also unwahrscheinlich gehekelt hat, das war also, ich habe knapp zwei Jahre lang auf Gran Canaria gearbeitet als Kellner. Mhm. In einer Schwulenkneipe. Mhm. Und habe natürlich dann auch abgeschleppt, was ich mitkriegen konnte. Du? Ja. Und dann hatte ich dann irgendwann mal einen Partner, der also sehr darauf stand, mir also seinen Code, sprich seine Scheiße, auf den Bauch zu legen. Und da war also, und das war ohne Vorwarnung, ohne, dass man sich vorher unterhalten hatte darüber. Der hat dich nicht, finde ich, eingewiesen quasi oder irgendwie eingeweiht. Absolut nicht. Ja. Und... Boah, das war wirklich heavy. Da habe ich ihn also total aus dem Bett geschmissen. Mhm. Bin also Richtung Badezimmer gelaufen, erst mal über die Toilette. Sag mal, wie war denn die Szene? Ihr lagt im Bett und dann kniete er sich auf deinen Brustkorb und fing er zu kacken, oder wie? Er kniete sich auf meinen Brustkorb und ließ dann auf einmal einen Neger ab, ne? Mhm. Und, äh, wie gesagt, dann bin ich also einfach, äh, ins Badezimmer gerannt, äh, erst mal, äh, wie gesagt, über, äh, über die Toilettenschüssel. Mhm. Und dann sofort, äh, unter die Dusche. Mhm. Und dann habe ich ihn also mehr oder weniger achtkantig rausgeschmissen. Mhm. War das denn von der Masse schon recht viel, was er da auf dich draufgesetzt hat? Es, äh, es, es reichte, also absolut. Also, in Grammzahl kann ich es also nicht nennen. Hast du ihn rausgeschmissen? Ja, ich habe ihn dann rausgeschmissen. Äh, es kam aber, vielleicht war es auch ein bisschen mein Fehler, weil er, äh, von, von vornherein irgendwo sagte, meine, äh, ich bin also, äh, nicht so ganz normal. Mhm. Und nun bin ich also ein Typ, der, äh, also, ähm, Urin nicht unbedingt als, äh, ekelhaft, äh, empfindet. Und hast es in die Richtung eingeordnet? Ich habe es so eingeordnet, aber wir hatten uns halt vorher nicht, äh, geeinigt. Ja. Und, äh, dass sowas auf mich zukam, also, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Das ist wirklich super krass. Und das ist auch eine Form von Sexualität, die mir also in den kühnsten Nachvollziehbarkeitsbemühungen wirklich vollkommen fremd ist. Das ist, äh, ist... Ja, und da würde ich also schon sagen, dass das sowas schon mal ekelhaft ist. Ja, ja. Äh, 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 da warst du erst mal bedient, äh, mit Abschleppen, was, oder? Äh, äh, ich war vorsichtiger. Ich habe mich vorher abgesichert, ne? Äh, äh, wenn ich, äh, jemanden abgeschleppt habe, dann habe ich, äh, vorher schon mal klar gesagt, äh, mal, was hast du denn vor? Wobei mich das wirklich wundert. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass in so einer Szenerie, die gibt es ja nur, das ist ja nicht wegzudiskutieren, dass man sich da vorher auch verständigt, ne? Und das nicht einfach so macht, das findest du seltsam? Du, aber nicht, wenn du, äh, auf Gran Canaria Kellner bist. Dann, äh, sieht es einfach so aus, du bist mehr oder weniger Freiwelt. Mhm. Und, äh, die Touristen bilden sich einfach ein, sie hätten irgendwas Besonderes, wenn sie da irgendwie jemanden, der da unten arbeitet und der da unten lebt, äh, abgeschleppt, äh... Bisschen wie Sklave, ne? Äh, ja, Sklave. Ich suche mir meinen Leuten schon selbst aus, also davon ganz ab. Na gut, aber kein, so, sagen wir, so ein Respekt vor der Person, wie man das vielleicht zu Hause hat. Ja, in Deutschland, ne, ganz genau. Sag mal, als du dann, äh, in der Dusche warst und danach dann wieder ins Bett gegangen bist, das war doch sicher auch ein höchst, äh, merkwürdiges Gefühl für dich, dann... Ich hatte ja, ich hatte ja Bettwäsche zu wechseln. Mhm. Ja, aber nach so einem Ereignis, meine ich... Ich habe mal jetzt die ganze Bettwäsche gewechselt, also, äh, dass ich das nicht noch mit, äh, äh, E6505 abgespritzt habe, das war ein Wunder. Mhm. Ach. Ich habe mich also furchtbar davor geegrelt. Ja, wirklich. Und konntest du dann irgendwann einschlafen? Äh, ich hatte, äh, zum Glück zwei Betten im, äh, äh, beziehungsweise zwei Schlafzimmer im Apartment. Äh, ich habe das eine, äh, Bett also abgezogen und habe dann im anderen Schlafzimmer geschlafen. Ja. Bah, wie ekelhaft. Thomas, auf das dir das nicht normal passiert. Ja, das hoffe ich auch. Danke für deinen Anruf. Bitte. Tschüss, ciao. Ihr Lieben, das Thema heute Nacht bei mir hier in der Sendung heißt, habt ihr wahrscheinlich euch schon denken können, Ekel, ekelhafte Geschichten. Was Ekelhaftes ist euch schon widerfahren, wo ihr wirklich so an die Grenze gestoßen seid? Das war ja gerade schon so eine Geschichte. Oder gibt es auch Sachen in eurem Leben, die ihr ganz toll findet, die andere aber extrem ekelhaft finden? 0, 1, 3, 0, 9, 20, 11. 0, 1, 3, 0, 9, 20, 11. Und jetzt ist der oder die Dennis? Der Dennis. Der Dennis, 19 Jahre. Genau, hallo Jürgen. Hallo Dennis. Folgendes, ich bin im Rettungsdienst tätig und da gibt es sicherlich auch viele Sachen, die ekelhaft sind. Ja. Gut. Mir ist es mal widerfahren vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ein halbes Jahr, ein Jahr ist es her, da ich eine Patientin im Fahrzeug gehabt, die hatte einen Schlaganfall gehabt, konnte ich deswegen auch nicht mehr so gut mitteilen. Auf jeden Fall hat sie mich dann zu sich gerufen, ich stand am Ende des Wagens, ich konnte sie nicht verstehen, was sie immer sagte. Dann bin ich eben zu ihr runtergekommen, Kopf an Kopf, in diesem Moment sie auch, zack, erbrochen. Ich hatte den ganzen Mist im Haar hängen, im Gesicht, ganze Oberkörper war voll und in dem Moment also, ich ganz ehrlich, ich hätte ja falls auch aufs Gesicht gekotzt zurück. Hättest du beinahe, hast du beinahe? Beinahe, nee, ich konnte sie auch unterdrücken. Ja, ja. Und da gab es auch einmal eine Sache, da mussten wir den Patienten von der Trage überlagern, bei den Einsätzen zieht man ja meistens diese Elternschuhe an. Gut, wir waren im Krankenhaus daneben, haben den Patienten abgeliefert. Ich habe dann die Handschuhe ausgezogen. Wir wollten ihn gerade überlagern, auf jeden Fall hatte ich ihn unter den Hintern. Und ja, von meinem Glück, Handschuhe gerade ausgezogen, natürlich genau auf Deutsch gesagt, ist da eine Scheiße rein. Das ganze Zeug auch an den Händen. Und es gibt eben solche Dinge, die da ziemlich, ja, ekelhaft sind, wo man sich echt das kurze Mal auf Deutsch gesagt auch verdrücken muss. Mir ist mal im Zivildienst im Krankenhaus passiert, das war auch gerade noch in den ersten Tagen, dass ein alter Mann, der vor mir stand, und dem ich dann irgendwie an den Beinen was gewaschen habe, und mir dann auch voll, nicht ins Gesicht, Gott sei Dank, aber volle Pole hier so auf die Brust geschissen hat. Ja. Das war auch, also gerade wenn man frisch als Zivilienstleistende arbeitet, ist das schon sehr schlimm. Ja, da kannst du es mir ja nachfühlen. Ja, das kann ich ja gut nachfühlen. Ja, aber ich muss sagen, mittlerweile, ich bin jetzt vier Jahre dabei, also ehrenamtlich, und man schlugt da mit der Zeit mit solchen Sachen echt ab. Also, heutzutage habe ich nicht mehr solche großen Probleme damit irgendwie. Wirklich? Aber wenn dir heute sowas nochmal passieren würde, wie mit der Frau, was du gerade erzählt hast, das ist doch nach wie vor immer noch schlimm, oder? So, es geht. Also, ich passe jetzt schon auf, dass ich mit dem Patienten nicht mal so nah mit dem Kopf rangehe, aber man gewöhnt sich das da dran. Also, man vermeidet auch solche Situationen, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Was hast du da damals gemacht, als das dann gerade passiert war? Ihr wart im Rettungswagen, da kannst du dich nicht abduschen. Ne, genau. Bist ins Krankenhaus gefahren, ja, ein bisschen luddürftig mit Papiertüchern abgewaschen, gerade den Kopf nach unserem Wasser angehalten und auf der Wache umgezogen, mehr ging nicht, ne? Ja. Dann abends zu Hause erstmal richtig untersuchen natürlich auch, ne? Ja. Hat die Patientin das noch wahrgenommen? So, weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht sagen. Weil das ist natürlich dann noch besonders schlimm, wenn ein Patient das wahrnimmt, dem das natürlich auch obermäßig peinlich ist, ne? Ja, klar. Das macht ja niemand absichtlich sowas. Ja, gut. Das ist richtig. Aber ich meine, auch alte Leute haben auch nicht so ein Schwangefühl irgendwie so, wie ich das so mitgemerkt habe in der Hinsicht, ne? Das liegt aber auch an dem, also kommt auf den Krankheitsgrad auch an. Ja, gut, kommt auch auf die Situation gerade an. Stimmt. Dennis, danke für deinen Anruf. Ja, tschüss. Bye, bye, tschüss. Daniela, 19 Jahre. Ja, genau. Ich bin dran jung. Hallo. Ja, hallo. Hört man mich eigentlich? Ich höre dich hervorragend. Ja, das ist gut. Warte jetzt auf deine Story. Ich habe einen Freund durch eine Telefonlein kennengelernt. Naja, und habe ihn vorher nicht gesehen, war schon mit ihm zusammen. Naja, und als ich ihn dann in Stuttgart gesehen habe, bin ich zu kotzen. Du hast ihn über eine Telefonlein kennengelernt. Das verhuschte gerade so. Und dann hast du ihn getroffen. Ja. Und am Telefon war das alles noch gut vorher. Am Telefon, der Mann, der hat eine Stimme, die ist wahnsinnig. Hat er die Unterhose ausgezogen? Bitte? Ja, so ungefähr. Könnte man so umschreiben. Ja. Und dann hast du ihn gesehen und fandst ihn zum Kotzen? Also, sagen wir es mal so. Es ist ein Mann von 1,92 Meter. Darauf liegt er 140 Kilo. Oh, das ist... Sieht vor lauter Bauch, sieht er seine Füße nicht mehr. Und, boah. Ich glaube, mit beiden damals noch 29 Jahren Glatze und so. Mehr oder weniger. Also so halbglatze. Also, boah, ne. Er strotzt sich alles. Also, jetzt war er auch bei mir. Boah. Hattet ihr euch denn nicht vorher ein bisschen beschrieben, wie ihr aussieht? Ähm, ja. Ich meine, am Telefon sich beschreiben, das ist schwierig. Naja, nun. Also, man kann sagen, ich bin 1,90 und wie 60 Kilo. Ne, kann man sagen. Ja. Der Mann, der war hypergeschickt in der Richtung. Also, der Kilogrammteil hat mich gar nicht interessiert eigentlich. Und wenn es 140 Kilo sind, wir können genauso gut sein, als dass Opa am besten. Also, das heißt noch lange nicht, dass es da halt ein bisschen tiefer alles liegt. Wie lange lief die Sache übers Telefon? Ähm, übers Telefon? Knapp zwei Monate. So lange? Ja. So lange? Ja, ganz einfach auf den Grund, dass er vorher in Hamburg gewohnt hat. Mhm. Und danach nach Stuttgart gezogen ist und ich irgendwie keine Gezeige gefunden habe, da runterzufahren oder hochzufahren. Dann baut sich ja besonders eine Spannung auf, ne? Ja, das ist sowieso. Ja, wie war denn das? Dann hast du vor dem gestanden? Hast du deinen Ekel oder deine Abneigung direkt gezeigt auch? Ähm, nein, überhaupt nicht. Du warst sehr charmant und nett? Bitte? Nochmal. Du warst sehr charmant und nett zu ihm? Ich war normal zu ihm. Ja. Ja, wie ging das denn dann ab? Dann habt ihr euch irgendwo getroffen in einem Café? Nein, wir haben uns nicht im Café getroffen. Also es war für mich klar, dass ich wenigstens drei, vier Tage bei ihm bleibe. Ach so. Naja, und er ist sofort, ähm, ja, wenn ich dich sehe, ich muss dich erst mal drücken. Und ich ja so, nimm dir oben, ich will durch, ne? So ungefähr. Naja, und dann irgendwann kam es natürlich auch zum ersten Sex. Ach, so weit kam es noch? Natürlich. Ja, bist du doll? Also, ja, der Mann, der ist darin toll. Nur man darf die Augen nicht ausmachen und man darf sie nicht auf den Rücken fassen. Ach du lieber, du bist aber drauf. Also, wenn ich so ein Gefühl jemandem gegenüber hätte, würde ich doch mit dem nicht in die Kiste gehen. Du ja. Daniela hat die Augen zugemacht und hat sich besäuseln lassen von der Stimme. Ja, also sagen wir es mal so vom Charakter her und Stimme, ich habe den Mann abgöttisch geliebt, wirklich. Naja, und der Rest muss man halt durch, sage ich immer. Muss man halt, so findest du. Finde ich nicht, aber wie viele Mal bist du durch? Wie viele Mal habt ihr da miteinander geschlafen? Oh Gott. Wie oft? Ja. Oh Gott. Ich war, wo gewohnt, muss ich rechnen. So knapp 20 Mal, schätze ich. Das kann ich nicht verstehen. Stimmt die Geschichte? Bitte? Stimmt die Geschichte? Die Geschichte gestimmt, ja. Ja. Ich verstehe das nicht, wenn man jemanden wirklich so ätzend findet, dass man dann... Ja, rein körperlich gesehen. Ich habe den Mann geistig total beliebt. Ich war mehr oder weniger von ihm abhängig. Also wenn er zu mir gesagt hat, ich bin scheiße, weil ich scheiße wäre und aus dem Fenster springen sollte, ich hätte es getan. Hast du, hat sich da sogar eine Beziehung heraus entwickelt? Ja, schon knapp zweieinhalb Monaten. Gestaltet aufgrund der, also der knapp 500 Kilometer. Ja. Das ist nicht gescheitert an seinem Äußeren, das du ekelhaft findest? Nein, er wusste das sogar. Also ich habe ihm irgendwann mal, ich habe ihm ein Tagebuch reingeschrieben und er hat es irgendwann mal gefunden und hat das gelesen. Von wegen, ich habe da reingeschrieben, er wird mich körperlich überhaupt nicht anmachen. Naja, und halt, dass er eine Halbzeit verhätte, habe ich geschrieben und Tage auf dem Rücken und so weiter und so fort. Und da habe ich blut angeguckt. Also ich mache dich körperlich nicht an. Weißt du? Und zu ihm, ja. Vielleicht bist du ja so gestrickt, so wie die Leute, die gerne Leberwurst mit Honig essen. Dass du eine Lust an dem Ekelhaften hast irgendwo. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, nach der Geschichte, die ich hier über Krankenhaus höre, ich sollte ja Montag normalerweise eine Ausbildung als Krankenpflegerin anfangen, aber ich überlege mir das nochmal. Na hör mal, also wenn dich das schon abschreckt, dann ist das wirklich nicht die richtige Berufswahl für dich. Nee, sowieso weniger, nur halt müsste ich tun, wenn man es mal so weiß. Das gehört zu dem Job dazu, sowas. Ja, ist klar. Daniela, ich danke dir für deinen Anruf und wünsche dir fürs nächste Mal einen Adonis. Ähm, ich habe einen halben Adonis, ein Zimmer weiterliegen. Ein halber Adonis? Ja, ein halber. Na immerhin, ne? Ja, und das war es der letzte. Tschüss. Okay, Jürgen, das nächste Warte. Dankeschön, ciao. Oliver, 26. Ja, hallo Jürgen. Hallo Oliens. Ganz kurze Geschichte zum Ekel. Ja. Ich habe gedacht, war auch mal ein TV-Dienstleistender, mich kann gar nichts mehr ekeln, aber dann Bahnhofskloß. Bahnhofskloß, ich hasse Bahnhofskloß. Ja. Und seit der Geschichte noch mehr. Ich gehe also aufs Bahnhofsklo. Musste unbedingt, das war der Grund, sonst hätte mich da nichts daraus getrieben. Ich fand die auch immer sehr ekelhaft. Pack also aus, fang an, das war so ein Rindstein, also keine Schüssel, sondern so eine Wand, wo dann ab und zu mal das Wasser runterläuft. Gut, habe da angefangen und auf einmal fällt neben mir einer hin, habe ich gedacht, auf die Knie, kommt aber gar nicht mehr hoch, stützt sich mit den Händen unten in der Rinne ab. Da habe ich gedacht, na gut, das geht ja gut an. Ich mache weiter und er, Kopf immer tiefer und auf einmal fängt er an, so richtig schön drin rumzuschlabbern. Und da habe ich gedacht, mach fertig, Oliver, mach fertig, geh raus und na gut. Also er hat das aufgeschleckt, was du da von dir gegeben hast? Nicht meins, sondern neben mir, was schon wahrscheinlich ein bisschen älter war. Es war mitten in der Nacht und ich denke mir, es wurde nicht gerade vorher sauber gemacht. Und da habe ich gedacht, bloß schnell raus, bloß schnell raus, weil sonst hätte ich mich daneben gesetzt und hätte mich übergeben. Ja, war das ein jüngerer Mann? Ich weiß es gar nicht, ich habe ihn noch von oben gesehen und die Situation, die steht einem so vor dem Auge. Irgendwie kann man sich da auch irgendwie nicht abwenden, weil man es nicht glauben kann. Das ist eine Situation, also eine Szene wie im Film, wenn ich mir das so vorstelle. Ja, ich gucke auch öfter mal Splatterfilme oder was ich was oder Braindead, das ist ein bisschen lustiger. Also ich habe gedacht, ich kann wirklich nicht schocken. Aber wenn man dann wirklich dabei ist, dann denkt man, das kann nicht wahr sein. Das ist wirklich absolut verrückt. Diesen Menschen, mit so jemandem würde ich ja gerne mal reden, diesen Menschen muss das ja dann eine Lust bereitet haben. Ich weiß es nicht. Ja klar, der macht es ja nicht, wenn er sich dabei ekelt. Ich habe gedacht, er wäre total zu gewesen, egal wie, Alkohol oder was ich was. Aber seine, wenn du das jetzt so sagst, seine Bewegung war eigentlich ziemlich kontrolliert noch dafür. Es gibt so seltsame Sachen bei Menschen, dass ich das durchaus für möglich halte. Denke ich mir mal. Dass Leute so gepolt sind und das dann auch irgendwie noch attraktiv anziehen, geil oder was weiß ich finden. Ja, also ich fand es... Du fandest grauenhaft. Grauenhaft nicht, ja. Jetzt so in der Situation, ich schucke deine Sendung und denke mir, hast du die Geschichte. Und wenn es mich jetzt noch ekeln würde, würde ich es auch nicht rüberbringen, denke ich mir mal. Insofern kann man das mehr mit einem lustigen Aspekt... Aber das hält dich jetzt wahrscheinlich noch mehr ab, auf Bahnhofsklos zu gehen, ne? Da hast du recht, ja. Ich finde es auch, also durchweg, Bahnhofsklos sind so etwas von abtornd und ich gehe auch zur allergrößten Not da nur rein. Ja, so war aber die Situation auch, ja. Oliver, danke für deinen Anruf. Ja, noch viele schöne Geschichten. Ja, danke schön. Tschüss. Sabine, 16 Jahre. Ja, hi. Hi, Sabine. Ja, also ich wollte mal öffentlich meine Meinung loslassen über sogenannte ekelhafte Haustiere. Halt, stopp, sag nichts. Lass mich raten. Und du hast eine Ratte. Ja, genau. Und zwar, also die ist total goldig. Und überall, wo man hinkommt, also ich nehme die immer mit, egal wo ich hingehe, meistens habe ich es immer dabei. Ich hatte ja vor einer Weile auch mal eine Mädel in der Sendung, die auch von ihrer Ratte erzählte. Die nahm die auch überall mit hin. Was machst denn du, vom Beruf oder gehst du noch zur Schule? Ja, ich gehe zur Schule noch momentan. Und die nimmst du mit in die Schule? Nee, dann nicht, weil das wäre ein bisschen kompliziert, weil die ist sehr toilettenfreudig. Die pinkelt überall hin. Ja, und die pisst mir auch gleich voll. Ja, die pinkelt dir auch auf die Schulter? Ja, nicht immer. Aber wenn das passiert, ist das doch ekelhaft, oder? Naja, es ist nicht schlimm, das ist nicht viel. Naja. Naja, man kann es aushalten halt. Ist das nicht Stinkerei denn hinten? Naja, das ist eine brave Ratte. Wie? Das ist eine brave Ratte. Das ist eine brave Ratte. Kann man den nicht Stuben reinkriegen? Ja, doch schon. Das bin ich gerade am Beibringen. Echt? Das funktioniert bei einer Ratte? Ja, ja. Immer. Also das merkt er schon, wenn er nicht darf. So, der sitzt da gerade auf mich drauf hier. Lass ihm mal was sagen. Der rennt gerade rum, also. Der ist ganz aufgeregt, weil jetzt Fernsehen hier ist. Ja, der sieht dich gerade. Ist es eine normale Ratte oder eine weiße Ratte? Das ist eine schwarz-weiße Hausratte. So, du nimmst die überall mit hin. Und wahrscheinlich kreischen die Leute überall. Ja, das war ja das, was ich sagen wollte. Weil da, also neulich bin ich zum Beispiel in ein Geschäft gekommen. Ja. Und da habe ich ihn unter dem Pullover gehabt. Und da hat er halt rausgeschaut oben. Und meine Freunde, die sagen, das schaut voll putzig aus, wenn der oben rausschaut. Das ist echt total süß. Ja. Und da voll, äh, tu die Ratte weg. Und das nicht im Geschäft. Und alles haben sie sich voll aufgeführt. Was war denn das für ein Geschäft? Das war ein Modegeschäft. Modegeschäft? Ja, ich habe da was gekauft. Bloß so einfach ganz schnell, fünf Minuten nicht einmal. Kannst du es verstehen? Dass die Leute da ein bisschen ausflippen? Nö, weil, ich meine, wer einen Hamster dabei hat, da sagt auch keiner was. Ja, aber das ist halt, einen Hamster sieht man als putzig an und der Ratte als ekelhaft. Eben, und das ist mal erschleierhaft. Warum? Das liegt an der Geschichte so, ne? Weil die Ratten immer so als Bringer des Übels galten. Ja, genau. Und das ist echt, weil ich verstehe das gar nicht. Weil der hat halt bloß einen längeren Schwanz wie ein Hamster und so. Im Prinzip sehen die genauso aus, ne? Ja, genau. Wie reagierst du denn darauf, wenn die Leute dich vielleicht sogar dumm anmachen? Ja, ich frage sie, ob sie ein Problem haben und so. Also, die brauchen wir ja nicht anschauen. Und so. Ich komme mir vor wie ein Schaustellungsobjekt. Neulich nach dem Vorfall in dem Geschäft bin ich rausgegangen auf den Parkplatz. Da kommt so eine Mutter mit ihrem Kind her. Äh, tu mal bitte die Ratte raus. Die will sich mal anschauen. Die hat ja keine Angst. Und die kleine Tochter steht da und geiert. Und ich habe sie dann angeheizt, nö, den friert sonst. Dann bin ich weitergegangen. Also, und so. Und das finde ich echt voll kacke, wenn die da voll die Intoleranz haben und so. Aber du machst das sicher auch ein bisschen, um die Leute zu schocken, ne? Nö, ich habe den halt bloß dabei. Ich mag den. Ich bin froh, dass ich ihn da habe. Ja, aber dann könntest du dir auch einen Hamster anschaffen. Nö, da habe ich schon gehabt. Die hat mir mein Kopfkissen aufgefressen. Also, das mache ich nicht mehr. Was macht die Ratte eigentlich nachts? Kommt die mit in dein Bett? Ja, der sitzt jetzt bloß momentan da. Der schläft im Käfig. Die Katze sitzt auch da. Die sitzt gleich daneben. Ach, eine Katze hast du auch? Ja. Und vertragen die sich miteinander? Ja, ja. Die Katze hat mehr Angst vor der Ratte als umgekehrt. Also, das ist eine dofe Katze. Das ist echt. Und die Intoleranz ist echt schlimm. Weil ich habe vorhin einen Zeitungsartikel gelesen, als die Ratte ist ekelhaft. Das ist der Haustür Nummer 1 in Deutschland. Und das finde ich echt kacke. Weil wer sich nicht damit beschäftigt, der kann ja gar nichts sagen, wie die so sind. Die sind voll intelligent. Also, der fällt auf seinen Namen und alles. Nun sind ja, das ist ja nun mal so, dass sehr viele Krankheiten über Ratten übertragen werden. Hast du nicht Angst, beispielsweise wenn du mal gebissen wirst von ihr? Nö, der beißt mich nicht. Ich habe den schon so lange, der beißt nicht. Das kommt wahrscheinlich wiederum auch darauf an, wo die Ratten leben. Deine Ratte wird wahrscheinlich keine Krankheiten übertragen. Es sei denn, die lebt irgendwo im Untergrund, in Rohren und sowas. Nein, die hat einen schönen Käfig. Wie heißt der denn? Döner. Döner? Ja, so wie das Essen, das türkische Döner. Weil das ist mein Lieblingsessen, da habe ich die Ratte dann auch genannt. Döner. Ja. Auf das nie Döner-Kebab aus ihr gemacht wird, ne? Ja, das sagen immer alle. Ja. Das ist echt schlimm. Und das zweite, mein Bruder, der hat eine Vogelspinne, eine schwarze. Ihr werdet aber drauf, eure Familie. Ja. Und die Mutter hat Kakerlaken zu Hause, als Haustor. Oh mein Gott, bloß mit meiner Mutter weg, die ist voll furchtbar, echt. Die, wenn meine Ratte, wie sie es gesehen hat, das war voll furchtbar. Also, ich wohne unten in einer eigenen Wohnung und da, Gott sei Dank, kommt es da nicht so oft rein, dass da... Darfst du denn dann die Ratte mit hoch zu den Eltern nehmen? Darfst du nicht? Auf Tod nicht mehr. Was sagt die Mutter denn? Ja, da kreischt sie rum, tut es viel weg und alles. Dabei, der tut echt nichts. Die ist voll süß. Und die kommt dann auch nicht und macht dein Bett oder putzt bei dir im Zimmer? Nö, nö, das macht sie. Das machst du selbst? Das ist jetzt kein Problem. Also, das ist echt furchtbar. Mein Bruder wegen der Vogelspinne war auch schon der volle Stress. Also, ihr belastet aber auch die Nerven von eurer Mutter? Du lieber Gott. Ja, der wohnt ja gar nicht mehr daheim. Achso, der wohnt nicht mehr. Also, da hat sie auch ein Problem gehabt. Ich weiß nicht, das ist echt brutal. Findest du die Vogelspinne gut? Ja, ich würde sie nicht anlangen oder so, weil ich weiß auch nicht. Aber zum Anschauen ist es so voll interessant, wie die sich bewegen und alles. Das ist total krass. Wobei es sicher interessanter ist, weil die Ratte, mit der Ratte kannst du die mehr machen. Die erkennt dich wahrscheinlich sogar. Ja, ja, genau. Die Vogelspinne ist ja dann eher tump. Entschuldigung, liebe Vogelspinnenliebhaber. Schon klar. Also, die sind halt nicht so zutraulich. Ich meine, das sind ja ganz andere Tiere. Wie sieht es denn bei euch zu Hause aus? Ich vermute mal, alles ganz super ordentlich oben? Oben, ja. Unten nicht. Das ist dann die Chaosbude von der Sabine? Ja, so quasi. Das ist halt mein Gebiet. Was willst du mal machen später? Ich gehe zur Bahn. Zur Bahn? Ja. Eine Schaffnerin mit Ratte, das wäre doch mal was. Genau, er passt. Das wäre der Knaller. Das wäre lustig, ja. Wie alt wird eigentlich so eine Ratte? Zwei Jahre sowas. Aber älter nicht? Nee, die sind ja als Versuchstiere gezüchtet und da kriegt sie Krebs wahrscheinlich. Ach so. Also die von einem Freund, die hat jetzt halt einschläfern müssen, weil die hat das volle Horn am Kopf gehabt und alles. Also voll die Geschwüre und so. Und die hast du gekauft aber? Nein, ja, die da schon. In der Vorhandlung ist klar. Und was frisst die? Die frisst Hamsterfutter, Pizza. Pizza, alles? Kokolade. Alles, was anlegt, was du übrig lässt. Ja, es kommt drauf an. Es gibt ja halt meistens Hamster-Meerschweinfutter. So Zeug. Also Sabine, ich danke dir sehr, dass du angerufen hast. Ja, danke. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, darfst du. Geht das? Also ich möchte meine zwei besten Freundinnen grüßen, die Tina und die Sandra und die zwei Marschmers und ein Ocho und Sidi und ein Sepp. Die haben jetzt alle zugeschaut. Ja, normalerweise schon. Du rufst aus dem Süden an, ne? Aus Bayern. Aus Bayern. Aber ich bin ja doof. Auch wenn die Bayern immer alles doof geht. Nein, nein, nein. Wo aus Bayern? In der Nähe von Regensburg. Liegt der Schnee noch im Moment? Nö, ein bisschen. Nö, nimmer viel. Regensburg ist auch nicht so ganz hoch, ne? Nö, das ist weniger. Einen herzlichen Gruß nach Bayern. Alles klar, Sabine. Okay. Tschüss. Ciao. Was machen wir jetzt? Das machen wir weiter mit Silvia. Aber nicht der Silvia bei mir in der Regie, sondern am Telefon. 30 Jahre, hallo. Hey, hallöchen. Silvia? Ja. Hallo. Hörst du mich? Ja, ich höre dich gut. Alter, ich bin so ein Leberwurst mit Honigtyp. Bah! Nee, lecker. Ist im Ernst? Nee, im Ernst. Früher mal, also mittlerweile nicht mehr. Leberwurst mit Honig. Und Rosinenweißbrot. Also Rosinenweißbrot, darauf Leberwurst und dann Honig. Und dann Honig. Boah! Warum? Weiß ich nicht. Das ist doch nicht normal. Warum nicht? Ja, weil das ekelhaft ist. Nein, Gott, nochmal. Ratten sind auch keine normalen Haustiere. Wie bist du denn darauf gekommen? Kann ich dir gar nicht mehr sagen. Ach Gott, das ist bestimmt schon... Das kriegt man ja von zu Hause nicht mit, ne? Bedingt. Mein Vater, der isst Rosinenweißbrot mit grober Leberwurst, meine Mutter Holländer Käse mit Marmelade. Ja, das kann ich mir noch nachvollziehen. Also Käse mit Marmelade ist auch nicht mein Ding. Aber Leberwurst und Honig. Doch. Aber nur feine Leberwurst. Nur feine Leberwurst. Wie wäre es denn dann so mit Blutwurst und Nougat-Creme? Nee. Das nicht? Nee. Das wäre es dann doch nicht? Nee, nee, nee. Aber ich kann, ja, was weiß ich, Nougat-Creme und dann hinterher ein Glas sauer Gurken essen. Hinterher, aber nicht zusammen? Nee, nicht zusammen, um Gottes Willen. Also das ist so das Highlight der Perversion, in Anführungszeichen. Nee, das ist aber nicht das, was ich erzählen wollte. Ach so, ich dachte, das wäre schön. Nee, um Gottes Willen. Nee, erzähl mal. Nee, ich bin Köchin, gelernte Köchin und da habe ich schon vorhin da einen Leuten erzählt, da kann man also einiges mitkriegen, was da so in der Küche abläuft. Oh ja, erzähl mal. Also es fängt damit an, je nachdem, wie die Kühlhäuser dann gehalten werden und dass da teilweise der Schmand, der Schimmel und weiß ich nicht, was überall von den Wänden runterläuft oder aber wenn dann irgendwelche Kühlschränke nicht richtig funktionieren, dann läuft das Kühlwasser nicht ab, das Kondenswasser nicht richtig ab, dann sammelt sich unten am Boden, auch dieser ganze Schmand. Redest du von einem Fünf-Sterne-Restaurant? Gehobene Kategorie. Gehobene Kategorie. Ja, doch. Also so einige. Also es sind so, ja, wie soll man sagen, es passiert dann ab und an mal, dass man das dann wirklich so sieht, Mensch, da darf man überhaupt nicht mit arbeiten. Gibt es da eigentlich keine Stichprobenkontrollen von den Gesundheitsämtern? Das läuft nur manchmal so ab, dass also dann schon rechtzeitig irgendwie doch Bescheid gesagt wird und dass dann in dem Moment, wenn die Leute kommen, dann schon alles relativ sauber ist. Mir ist das sehr sympathisch. Es gibt ja in Köln einige Restaurants, wo man von dem Raum, in dem man isst, kann man direkt in die Küche reinschauen. Da ist so ein Glas einfach nur vor. Hatten wir auch gehabt. Also wir hatten eine Showküche beziehungsweise im Restaurant. Ah, und trotzdem passierte das? Ja, das ging dann. Also es war dann mehr so in der Hauptküche, in der Großküche hinten. Ja. Wie gesagt, es war also nie so, dass ich jetzt gesagt hätte, okay Mensch, da kann man überhaupt nichts mehr machen. Da kann man auch nicht mit arbeiten, sondern... Hast du dich denn da nicht verpflichtet gefühlt, selbst das anzuzeigen? Natürlich. Nein, anzuzeigen nicht, aber dann halt wie gesagt, dass man dann sauber macht und dass man halt, man wird ja da auch irgendwo zu erzogen, wenn man anständige Ausbilder hat, dass das dann schon in Ordnung gehalten wird. Es gibt dann halt auch so Leute, die sich da nicht drum kümmern, die das dann wirklich verkommen lassen. Und das ist natürlich dann so eine Sache, die kommt nicht so gut rüber. Gibt es denn auch solche Geschichten jetzt mal wirklich Hand aufs Herz, was man immer so hört, dass der Koch, wenn der schlecht drauf ist, mal so einen Nasenpopel in Salat fallen lässt und so? Ähm, also ich habe es nie gemacht. Aber du kennst von solchen Vorfällen, weißt du warum? Also wir hatten einen bei uns, der, ähm, der hat aber auch gekokst und alles, der war also auch meistens zu, wenn der gearbeitet hatte. Ja. Und der hat also da schon, vor allen Dingen, wenn er dann in irgendeinem Kellner nicht verknusen konnte, da schon so einiges gemacht. In die Suppe gespuckt? Zum Beispiel. Oder aber er hat dann halt selber gedreht und dann fiel da mal irgendwas in die Suppe mit rein, so ein Brösel oder sonst was. Wenn du solche Insider-Kenntnisse hast, ne? Ja. Kannst du überhaupt noch so ganz unbefangen irgendwo schön essen gehen? Mh, das ist eine gute Frage. Ich gehe gerne essen. Also tust du? Das ist mein Problem dann. Ich sage dann immer, Mensch, das kann nicht sein. Also es gibt noch genügend Leute, die dann so im Prinzip sind wie ich, die dann doch aufpassen und, äh. Also trotzdem Vertrauen in die Kollegen. So ungefähr. Es gibt ja nur auch. Das sind schwarze Schafe, vermute ich mal. Ja, also es ist ja nicht die Regel. Nein, die Regel wird es nicht sein, glaube ich auch nicht. Es sind halt immer so spezielle Sachen. Wie ist es denn so, äh, zum Beispiel mit Ungeziefer und Küche? Da stelle ich mir... Vorhin das Stichwort Kakerlaken. Ich habe mal ein Praktikum gemacht im Krankenhaus, auch in der Küche. Mhm. Und es war ein altes Gemäuer. Ich meine, dann kannst du, du kriegst die ja auch nie raus. Wenn du einmal Kakerlaken hast, du kriegst die ja nicht raus. Und es war dann also wirklich so schlimm, äh, wenn dann, äh, am Sonntagabend gespritzt wurde, weil Sonntagabend dann ja nichts mehr los war, in der Küche. Also... Dann kamst du am Montagmorgen in, in die Küche rein. Der Boden war schwarz. Was? Voll lauter Kakerlaken. Waschkörbe voll Kakerlaken? Wahnsinn. Die tot waren durch das Gift? Die tot waren teilweise noch ein bisschen neben mir und dann ging es dann durch die Küche, weil es wurde, äh, du kamst ja dann rein morgens, so war es die erste Schicht und da musste ja erstmal sauber gemacht werden, wenn die dann noch so... Ne, also das, das fand ich also schon fürchterlich. Und die kamen dann durch das Gift aus allen möglichen Ritzen raus? Ja, und fielen dann runter und lagen auf dem Boden und es knackte dann so schön, wenn man da drüber lief und ich bin auch hinterher nur noch in die, in die einzelnen Vorratsräume gegangen, schön mitten im Gang und erstmal um die Ecke rum und geguckt, ob am Lichtschalter keine Kakerlake klebte und... Und eine Stunde später wurde dann die Suppe gekocht, da? So ungefähr, ja. Ihhh. Ja, also man darf es wirklich nicht großartig drüber nachdenken, sonst geht man nirgendwo mehr essen. Ja, ja. Am besten nur noch zu Hause. Silvia. Ja. Ich danke dir. Das war's schon. Das war's. Schade, ich hatte noch eine schöne Geschichte. Ja, dann bitte, bitte. Ehrlich? Ja, ja, geht los. Ne, wir haben, das war auch während meiner Ausbildung, da hatte ich mal Frühstücksdienst und naja, dann ist man morgens früh alleine im Hotel und dann macht man das Frühstück fertig und ich gehe dann so ins Kühlhaus rein und ich denke so, Mensch, was ist das denn hier? Unten stand eine Styroporkiste und es raschelte so, naja, habe ich gedacht, okay, sind unsere Hummer wiedergekommen und naja, habe ich mir nichts weiter gedacht und gucke dann irgendwann mal rein, da war da Aale drin, lebendige Aale. Was heißt lebendige Aale? Ich sage mal, die waren zwölf Stunden aus dem Wasser raus, aber die bewegen sich ja noch, sind ja zäh wie sonst noch. Ja. Und naja, es war kurz vor meiner Prüfung und das hieß dann hinterher, nach dem Frühstücksdienst, ja, alle im dritten Lehrjahr, kommt ran, wir machen jetzt Aalgrün. Und das heißt also, die lebendigen Aale nehmen und Kopf abheuten und was weiß ich nicht alles machen. Ich habe gedacht, die packe ich ums Verrecken nicht an. Und dann hatten wir dann einen, der war so mutig, der hat das dann gemacht, die ringen sich um die Arme und was weiß ich nicht alles. Es dauert also wirklich, die müsste kochen, damit die kaputt sind. Werden die denn vorher getötet oder werden die fast lebendig? Du hast denen, was weiß ich, ich weiß nicht, also wir hatten damals eine ungarische Woche bei uns und da hatten die Köche, hatten die halt bestellt und die lagen dann, wie die da hingekommen sind, weiß ich nicht. Ich weiß nur, da hat man dann halt hinterher weiterverarbeitet, dass dann der Kopf abhaut, abgezogen und die ringen sich trotzdem. Das ist ja, also die ganzen Reflexe, das ist ja im Prinzip wie beim Huhn, wenn du dem Kopf abhackst, das fliegt ja noch weiter. Ja, aber nicht lange mehr. Nee, aber so, also die Aale sind fürchterlich zäh. Und dann hatten die mir einen, ich hatte Salat geputzt, weil ich hab gesagt, das mach ich nicht, haben die mir einen in das Waschbecken mit dem Salat geschmissen. Der zuckte dann so fünf Minuten darum, dann fing er wieder an zu leben. Das darf nicht wahr sein. Das ist wahr. Ich krieg dir richtig Gänsehaut. Ja, das ist wirklich fürchterlich. Also man kann so einiges erleben. Doch. Also du hast dich dann immer geweigert, den Kopf abzuschneiden von den Aalen. Ich hab auch keinen Flusskrebs in den Schwanz rausgezogen, in den Darm rausgezogen. Nee, nix da. Das ist auch ekelhaft. Die Viecher, die leben ja noch. Ja. Also es ist wirklich teilweise so, dass, ich mein, Hummer abkochen ist schon schlimm genug. Und das ist ja im Prinzip die humanste Art für die Hummer. Wobei die ja dann eigentlich sofort tot sind, ne? Ja, oder betäubt wenigstens. Aber es tut ihnen in der Seele weh, die armen Viecher immer in den Kochtopf zu stecken. Ja, wobei das andere hört sich ja grauenhaft an. Denen wird der Darm rausgezogen. Ja, du packst die mittlere Schwanzflosse, drehst die ein Stück um und ziehst den Darm raus. Und dann hüpfen die Viecher weiter, die leben noch. Ich hab gesagt, ja, das geht nicht anders, das brauchen ja Schaustücke. Wir können die nicht erst abkochen. Also es wäre eigentlich gar nicht notwendig. Nee. Das ist ja wirklich mies, ja. Das ist ja fast schon ein anderes Thema, ne? Ja. Da geht nämlich jetzt in Tierquälerei. Genau. Über. Silvia, jetzt danke ich dir herzlich. Alles klar. Tschüss Silvia. Okay, alles Gute für deine Sendung. Ich danke dir herzlich. Okay, tschüss. Haben wir eigentlich schon eine Pause gemacht? Nee, ne? Machen wir das jetzt mal. Ja, tschüss. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das Thema heißt Ekel und ich möchte von euch wissen, was Ekelhaftes ihr schon erlebt habt, bei was oder durch was euch der Magen so richtig rumgedreht wird oder ob ihr auch Sachen habt, die ihr geil findet, interessant findet, schön findet, die andere Leute ekelhaft finden. 0130 29 11 0130 29 11 Und jetzt freue ich mich sehr herzlich auf eine ganz junge Zuschauerin oder Zuhörerin, elf Jahre alt, Nina, hallo. Hallo. Na, du bist noch auf. Ja. Wie kommt das? Ja, also im Moment bin ich bei meinem Vater und ich habe im Moment auch eine Bronchitis. Ach, du bist so krank, du Arme. Mhm. Und kannst gar nicht einpennen. Nee. Und dann darfst du so lange Fernsehen gucken? Ja. Der Papa schimpft nicht. Nö. Das ist aber eine Ausnahme jetzt, ne? Mhm. Jetzt bin ich aber gespannt auf deine Geschichte, ekelhafte Geschichte. Ja, also ich ekel mich sehr vor Spinnen. Uh. Immer schon? Ja. Hast du denn schon mal so ganz nah eine Spinne so in der Hand gehabt oder so? Ähm. An der Hand gehabt? Ähm, nee. Und wo hast du welche gesehen? Also früher im Kindergarten hatte ich da mal ein Erlebnis. Was war das für ein Erlebnis? Ja, da war eine Spinne im Waschbecken in der Küche. In der Küche? Ja. Ih. Und da standen da ganz viele Kinder rum. Mhm. Und ich auch. Und dann habe ich da Spinnen gesehen. Ja, und dann haben alle Kinder angefangen zu kreischen. Und du auch? Ja. Du auch? Ja, weil ich habe gedacht, so ein kleines Tier mit langen Beinen. Wie groß war die denn? Oh, ähm. So groß wie ein kleiner Finger, so im Durchschnitt? Nee. Oder kleiner? So groß wie der Handboden. Also mit Beinen jetzt. So groß? Mhm. Aber hallo. Aber eine große Spinne. Ja, sehr groß. Hast du dir da Angst vorgehabt? Oder hast du dich da direkt am Anfang richtig geekelt? Ja, also... Also ich fand das schon sehr ekelhaft. Mhm. Wobei die ja so tun, tun sie ja nichts, ne? Mhm. Also kann einem da ja nichts passieren. Wie ging das denn dann weiter? Du saßt hier da im Becken. Ja, und dann kam unsere Kindergärtnerin, hat sich die angeguckt und dann wollte sie sie erst ertränken. Ach. Das war auch nicht nett von der Kindergärtnerin. Nee, dann war ich auch, hab gesagt, warum kann man die denn mit Wasser töten oder so? Und dann hat die Kindergärtnerin gesagt, ja mit kalten nicht. Dann hat die heißes Wasser aufgesetzt und dann fand ich das auch schon ein bisschen schrecklich. Das ist ja brutal. Ja, auch wenn die Spinne mich geekelt, also auch wenn ich mich geekelt habe vor der... Dann hat die heißes Wasser über die Spinne gegossen. Ja. Dann war die gleich tot. Mhm. Wenn ich eine Spinne bei mir zu Hause entdecke, dann tue ich die immer in ein Glas. Mhm. Also in so ein Glas rein und trag sie dann raus auf den Balkon oder so. Ja, das war bei meinem Vater auch mal, der hatte, da saßen wir abends vorm Fernsehen und dann war da plötzlich so ein langer Schatten an der Wand. Mhm. An der Wand, also die... also an der Wand und dann hat mein Vater sich umgedreht und dann ist da so eine riesige Spinne an der Wand gekrabbelt. Und was hat er da gemacht? Dann hat er die auf die Hand genommen und auf das Fenster geworfen. Auf die Hand genommen sogar? Ja, mein Vater kann sehr gut mit Tieren umgehen. Der ekelt sich nicht davor? Mhm. Nina, kannst du das so für dich erklären, warum du das ekelhaft findest? Ähm, ja, äh... Ist schwer wahrscheinlich, aber versuch mal. Mhm. Also im Fernsehen, da waren diese Vogelspinnen. Ja. Die sehen irgendwie merkwürdig aus. Die haben so Härchen an den Beinen, ne? Ja. Und am ganzen Körper. Ja. Und manche Spinne haben auch total viele Augen. Mhm. Sieht so aus, als ob die total viele Augen hätten... Das ist ein bisschen gruselig auch, ne? Ja. Mhm. Ich glaube, das kann man auch gar nicht so richtig erklären. Entweder findet man irgendwas ekelhaft oder nicht, ne? Mhm. Also wenn die Vogelspinne zum Beispiel einen Vogel fängt und den dann einfach zermalmt. Mhm. Mit ihren... Das ist nicht so schön dann, ne? Mhm. Gibt's denn noch irgendwas, so außer Spinnen, was du ekelhaft findest? So an Tieren zum Beispiel? Mhm. Eine Maus, nehmen wir als Beispiel mal. Nö, Mause finde ich ganz süß. Und halt, hast du gerade die Sendung schon gehört und gesehen die ganze Zeit? Ja, über Ratten und Katerlaken. Ja, wie fandst du das denn mit der Ratte? Von der, äh, Daniela war das, glaube ich. Nee, Sabine. Ähm. Ja, also, Ratten finde ich eigentlich nicht so schlimm. Könntest du dir auch vorstellen, eine Ratte als Haustier und immer so auf der Schulter? Ja, ich hatte mal eine, meine Freundin, da war ich bei meiner Freundin und die hatte so eine Albino-Ratte und noch so zwei andere Ratten. Mhm. Und die wollte mir auch zwei schenken. Ja. Aber das hat meine Mutter nicht erlaubt. Da hat die sich geekelt wahrscheinlich. Mhm. Aber du gar nicht. Hast du die mal angefasst? Ja, ich hatte die auf dem Arm, aber... Waren die recht süß sogar? Ja. Ja. Aber am liebsten, weil die Albino-Ratte. Liebe Nina, jetzt wünsche ich dir wirklich gute Besserung. Danke. Ne, damit du wieder fit wirst. Ja. Und dann musst du wieder in die Schule, ne, wenn du gesund bist. Ja. Jetzt morgen ist frei, ne, oder? Ja, für mich schon. Ja, für dich schon, ja. Hast du auch Fieber? Nein. Nee, dann geht's ja. Also, gute Besserung. Danke. Und schlaf schön. Okay. Tschüss Nina. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Äh, jetzt gibt's einen Alterssprung. zu Georg und der ist 44. Hallo. Ja, das ist ein bedeutender Sprung. Hallo, Jürgen. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Jürgen, ich, ähm, habe eine etwas derbe Geschichte. Ja. Ich habe mal vor Jahren in einer Kleinstadt gelebt und dort in einem Mietshaus gewohnt und über uns wohnte ein alleinstehender Mann, Alter ungefähr, um es mal bildlich zu beschreiben, so zwischen 40 und 50 Jahren alt, war schon schwer körperbehindert, weil er hatte derb Wasser in den Beinen, trank in Unmaßen Alkohol, es verging also keinen Tag, an dem er nicht Stinkedunen nach Hause kam, hatte offensichtlich nur eine Hose, in die er bei seinen häufigen Saufereien bis zur Bewusstlosigkeit auch immer mal rein uriniert hat und hat das am Körper wieder getrocknet. Und das so über Monate, sprich also, es war schon so, wenn er nur durch den Hausflur ging, dann stank es so erbärmlich, dass es schon kaum zum Aushalten war. Nun komme ich eines Tages von der Arbeit nach Hause und mit mal ist, es war Hochsommer, also wochenlang, so 35 Grad im Schatten. Ja. Und da ist so ein eigenartiger, süßlicher Geruch im Hause. Den ich bis dahin nicht kannte. Ja. Frag meine Frau, was denn da los gewesen wäre und warum das da so stinken würde im Haus. Und da erzählt sie mir, du da, ich habe den Namen vergessen, spielt auch gar keine Rolle, der Mieter über uns ist gestorben. Und das offensichtlich wohl schon vor recht langer Zeit. Er muss also schon Wochen dort in Verwesung gewesen sein. Was wir nicht bemerkt haben, weil er die Fenster in seiner Wohnung sparangelweit auf hatte. Und der Geruch ist ins Haus eigentlich nur reingekommen, als die Feuerwehr dann mit der Axt die Tür aufgebrochen hat. Ja, ja. Und wir hatten das seltene Glück, nun unter ihm zu wohnen. Das Haus war ein etwas altes, was keine massive Decke hatte, sondern Holzbalken. Und dann sind uns, nagel mich nicht drauf an, ob es ein Tag oder zwei Tage oder sowas später war, im wahrsten Sinne, so war ich hier sitze, dicke weiße Fliegenmaden durch die Decke auf den Frühstückstisch gefallen. Ja. Und das ist eine Sache. Wie kann das durch die Decke fallen? Weiß ich nicht. Frag mich der Fuchs, wo die Bieste hergekommen sind. Sie lagen ja überall. Ich meine, es ist der Kammerjäger da gewesen. Es wurde dann hinterher erzählt, Feuerwehrmänner seien abgebrühte, hartgesottene Typen, die allerhand in ihrem Leben und auch durch ihren Dienst bedingt mitbekämen. Aber sowas hätten die eben auch noch nicht gesehen. Also da muss schon... Das ist ja fast schon ein Schock, den ihr da bekommen habt, ne? Naja, nee, ich glaube die Feuerwehrleute vielleicht noch mehr oder so. Ich meine, wir hatten die kleinen weißen Maden und waren ja nur bloß mittelbar betroffen. Wie sehen diese Maden aus? Wie groß sind die? Naja, die sind so, sag mal so, acht, neun, zehn Millimeter lang. Ja. Und ganz weiß? Und wenn sie fett sind, so vier Millimeter Durchmesser. Ja. Und ganz weiß? Ja. Wie ging das weiter dann bei euch? Die waren also irgendwie in der Decke? Ja, die waren in der Decke und kamen dadurch irgendwelche Ritzen, die da waren oder so. Ist natürlich geputzt gewesen oder sowas, aber da müssen doch irgendwo Ritzen sein oder so. Die hatten sie, ja. Ja gut, wie ging es denn dann weiter? Musste die ganze Decke abgerissen werden? Nein, nein, nein. Dann kam der Kammerjäger und hat ein paar Mal ausgespritzt und dann gab sich das. Aber das war ja doch nun schon eine extrem eklige Angelegenheit. Angelegenheit, das glaube ich, ja. Angelegenheit, das muss ich ja sagen. Erstmal dieser Mensch an sich schon und das, was dann von ihm übrig blieb. Ja. Wie lange lag er da? Weiß man was? Ja, sie haben gesagt, also so genannt, naja, ich habe jetzt ja nur mitgekriegt, es hören auch kleine Kinder zu oder so, also will ich es nicht zu bildlich illustrieren, aber es hieß da Wochen oder so, man sprach also von zwei Wochen ungefähr. Ja, das ist schon recht lange in der Hitze. Das Ekelhafteste, was dir bisher widerfahren ist, kann man so sagen, ne? Ja, das, 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 also wirklich, ich meine, ich ekle mich selbstverständlich auch noch vor ein paar anderen Geschichten, aber das ist nun mit Abstand sicherlich die Krönung bisher gewesen. Ich danke für deinen Anruf. Okay. Georg, tschüss. Tschüss. Ciao. Vera, 31. Ja, hallo. Hallo, Vera. Ich habe eine kleine Frankensteingeschichte zu erzählen. Eine Frankensteingeschichte? Ich bin ein bisschen erkältet, also entschuldige meine kratzige Stimme. Fällt mir gar nicht auf. Kratzige Frauenstimmen sind erotisch. Och, danke. Das hat mir doch keiner gesagt. Ja, also meine Geschichte ist eigentlich eine, bei der sich durch mein Erlebnis eigentlich eher bei anderen Leuten der Magen umgedreht hat. Und zwar hat sich meine Freundin vor circa zwei Jahren ein Bein verlängern lassen. Verlängern lassen? Ja. Und zwar hatte sie durch einen Autounfall in der Kindheit, wurde ihr das Bein geschient und es ist dabei zu kurz geraten. Das ist dann durch orthopädische Maßnahmen, also sprich Absatz am Schuh, wurde verlängert mit Einlagen, wurde dort nachgeholfen. Dann wurde ihr dann also lange Zeit auf diese Art und Weise geholfen, die Wirbelsäule einigermaßen aufrecht zu erhalten. Ja. Und irgendwann ging es halt nicht mehr, also das ging dann so weit, dass sie also selbst im Sommer keine halbe Stunde barfuß gehen konnte, ohne fürchterliche Rückgeschmerzen zu bekommen. Ja, und irgendwann bekam sie dann halt den Tipp, sich doch durch einen chirurgischen Eingriff das Bein verlängern zu lassen. Das kann man? Das kann man machen, ja. Und das geschieht quasi durch einen willentlich herbeigeführten Beinbruch. Also das Bein wird quasi am Oberschenkel zersägt durch einen minimalen Schnitt. Ja. Und dann werden diese beiden Einzelteile durch einen Ring rund um den Knochen herum fixiert. Man muss sich das so vorstellen, wie wenn ein Bein bricht und man nagelt es zusammen. Ja. Nur, dass diese Nägel halt von außen an einen Ring geführt werden. Und diese beiden Ringe, die sind durch eine Gewindeschraube verbunden. Ja, und ihre Aufgabe bestand halt darin, jeden Tag den Knochen um einen Millimeter aufeinander zu schrauben. Das hieß also Jogginghose runter, Inbusschlüssel raus, rein in die Gewindeschraube. Warte mal, die Gewindeschraube war nach außen gelegt? Ja. Also die war am Oberschenkel außerhalb der Haut? Ja, genau. Ja. Was ist im Kopf? Ja. Vielen Dank.